Wo ist es time? Baut auf aufmachen. Sehr schön. Und jetzt müssen wir leider ein bisschen warten. Aber egal. Na? Na du? Kommst ja auch. Komm schon. Ich warte. Und viel Leben hat er natürlich auch. Und er greift schon mit den Strahlen. Und er greift schon mit den Strahlen. Aber bald ist er tot. Und komm. Ja, ein Unix. Jetzt für einen Magier. Scheinbar. Scheinen wir uns das Unix an. Ah, das sind die. Die hab ich schon zum dritten Mal. Nein. Mist. Naja. Aber immerhin wieder ein Unix. Und jetzt lange Zeit bis. Nicht eins gekommen ist. So. Wir. Schauen mal die Unix an. Wo habe ich die Unix? Das sind die Unix. Schauen sie mal an. Ja. Können die. Können die. Abgeben. Habe ich nicht noch ein. Paar. Oder habe ich die schon verschenkt. Ja, die habe ich schon verschenkt. Oder nein, die habe ich glaube ich beim. Beschwer. So. Oh. Wir haben bessere gefunden. Hallo. Wir werden alles verkaufen. Jetzt schauen wir mal was wir austauschen können. Damit wir stärker sind. Aber trotzdem noch viel MF haben. Die Schuhe. Nein. Die Handschuhe. Nein. Das sind 42%. Das ist viel. Den Gürtel. Nein. Auch zu viel. Wir lassen es mal so. Mal schauen wie viel Schaden wir machen. Und gehen ins Gebiet. Cruel. Akt 2. Hier hin. Da drüber. Wenn es überhaupt geht schon. Sonst muss ich ja die Quest zuerst machen. Aber die wird schwer. Wo man die Bombenviecher trifft. Diese Menschen die sich in die Luft jagen. Ja. Relativ gut. Könnte stärker werden. Könnte stärker sein. Könnte stärker sein. Darüber hin. Das geht schon recht langsam. Ja. Ich weiß nicht ob es sich lohnt hier zu. Anstände suchen. Aber die Skeletten sind schon stark zu sehen. Die Skeletten sind schon stark zu sehen. Ja. Oh. Die Skeletten sind schon stark zu sehen. Hm, Mist. Ah ja, ich habe ja noch diesen, äh, äh, dieser GEM, wo das MF2 ist. Also habe ich ungefähr 200 Rarity Change. Später habe ich ja das Quantity noch. Da habe ich leider nicht so viel, glaube ich 20 oder 30. 20. Ja, mal kurz das Portal öffnen. Den Waypoint. So gut, das ist relativ schnell, wenn die Blitze schon rüberspringen kann. Aber bei solchen Gegner, neben den Gift Punkt Arrow, muss ich einsetzen. So, jetzt können wir hier runter und dann ins Gebiet, wo man gut leben kann. Und so auch entsuchen. Bei dem wird das gar nicht angezeigt irgendwie. Wo ist der Starr? Das Schäfer. Der Kurs im Nu und Damm wird das gar nicht angezeigt. Ich muss mal lesen. Ja, dann ist klar. Aber hier sind wir jetzt schon im Gebiet ohne nervigen Gegner. Ich muss nur Skalaborken schützen und Zommys in Massen. Und Golems. Also diese Stein Golems. Und jetzt die Bonken schützen. Und dann die Glocken. Von der Ruine oder was. So. Keine Zombies. Ah, Sinn die Explodierte. So. 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 Hm. Es fehlen irgendwie die Items noch. Keine Items. Ich brauche Items. Oh, cool. Das ist der Blitzresifluch. Der senkt die Blitzresidenzen. Macht sie, glaube ich, unfälliger auf den Blitzschock-Zustand. Ja, nix. Das ist der Blitzresidenz. Das ist der Blitzresidenz. Das ist der Blitzresidenz. Ich könnte mal mitmachen, ich weiß es nicht. Wir sind hier ein bisschen langweilig. Aber wir sind bald ein Leveler ab. Juhu. Oh, fast gestorben. Macht er Damage mit dem, mit dem, mit dem Atake. Ich jetzt nicht genau. So. Das sind nicht zu viele rare Gegner, ja. Ansonsten manchmal richtig viel. Hm. Und der goldene Gegner fehlt auch. Da ist jetzt kein Goldener, der immer da ist. Ich hatte drei Ebenen, ja, gebeten. Mit dem ersten Nacken hintereinander. Mit dem goldenen Gastgegner. Die haben nicht mehr Elementarresistenzen und Chaosresistenzen. Ist das ein bisschen schwer mit diesem Charakter, aber... Macht nichts. Also es ist... schnell gemacht. Ja, ja, 653 Leben. Achtung. Genau. Wann. 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 Vielen Dank.